Der Sommer legt nochmal nach und die Wärme kommt nach Deutschland zurück. Schon am Mittwoch werden fast überall bei viel Sonnenschein 25 bis 30 Grad erreicht. Am Donnerstag wird es in der Südosthälfte mit Spitzenwerten über 30 Grad so richtig heiß. Dagegen gibt es im Norden und Westen bei nur rund 20 Grad bis einschließlich Freitag nochmal einen Dämpfer und zudem häufiger Regenschauer. Am Wochenende stellt sich dann landesweit sonniges Badewetter ein. Die warme bis heiße Sommerluft breitet sich voraussichtlich wieder bis in den Norden Deutschlands aus. Vor allem am Sonntag sind auch dort bis zu 30 Grad drin. Im Süden und Osten kommt man noch mehr ins Schwitzen. In den heißesten Gebieten könnte sogar erneut die 35-Grad-Marke geknackt werden. Teils kräftige Gewitter lassen dann aber wohl nicht lange auf sich warten. Im Wetter-Ticker auf wetteronline.de halten wir Sie zur aktuellen Entwicklung immer auf dem Laufenden.